wir doch nicht als zu ihr e-mails die wollen alle deine freunde seien aber so installieren erst mod loader dann matmos dann optifine dann funktioniert optifine muss der letzte mod sein den du installierst ich frage wobei der sind dabei liegt aber naja ja wenn du erste optifine installiert geht er nicht das ist das du musst da mal kurz runter gehen tut mir leid musste das machen danke ja alter schreibt mir doch nicht als zu ihr e-mails die wollen alle deine freunde sein geile antwort er war und übrigens das mp werde ich auch gucken da deine staffel aufteilung sehr kreativ ist danke durchs kommentare ausstehender kommen da in den kohle let's play ist ja nie bei den kenne ich doch ja den kenne ich doch auch immer ja ach so deine axt hier die habe ich kann ja spuckst du mir mal auf den kopf das ist so dass mir so dass ich mir nicht wehtu doch du liegst du denn wo liegt sie denn da ja ja ich bin ein bisschen blinder heute ich hab wischen in real life gesehen da war alles verblendet tut mir leid aber das gefühl kenne ich das ist bei scrab auch mal so also bei scrab also was ok wir müssen mal wieder hier wegen der redstone schaltung müssen wir wenn wir hier den boden rausgerissen haben müssen wir da wieder so eine treppe hoch machen ne scrab ist ein wunder hässlicher typ ein wunder hässlicher typ ähm ok das war geplant geiles deutsch ein wunder hässlicher typ also das ist äh die geilste er ist halt wunder hässlich ok also so wie exclusive let's play na den habe ich ach ja er ist verfett hat er gesagt wie sah der doch mal aus wie Taron Hill oder wie Max Krüger aus gute Zeiten und schlechte Kacke ja das ist der fette tuner nennt er sich auch ne ich guck so ein bisschen ja ich hab das mal geguckt ja ich weiß ich hab das damals geguckt da sind alle mal die ganzen Häuser da abgebrannt da hab ich mir so einen abgelacht ähm geh weg da so jetzt mal ganz los abzählen 1 2 3 oh es gibt einen 3er Aufgang BAH 3er ja ein 3er BAH ich mach mir 3er als BMW du machst mehr 3er als BMW das ist äh jetzt hier scheiße ey gell wir hatten mal eine lehrerin an der schule die hat sich einen neuen BMW 3er gekauft gell und dann zwei wochen später hattest du irgend so nen alten grüppelchen Nissan ja vermutlich wurde der hier abgezogen und dann wurde sie halt erpresst wenn sie was erzählt dann wurde sie zusammengetreten und äh ja dann äh jetzt überlegte ich halt über der Maul und äh der Fabio küsst mir die Kuppe nein dir würde ich keine Kuppe küsse nein den Vibe die ist viel zu klein deine Kuppe ja so wie deine Alter jetzt mal Pichro ne ihr Pichro wenn ich will Jokko, du stehst im Weg ja danke dass du mich so weit weg schubst ja ich will einfach weg hörst du Fußfolg ähm Jo man ähm danke ähm das mag ich immer so ich kann dich schlagen wie ich will ja warum mach's das sieht ja hässlich aus ne warte mal kurz die Pausen ab ich editier das hier noch gleich ja ich editier gleich dahin oder jetzt kass dich auf die Fresse ja komm her ja komm du doch her ja ich fahr doch nicht extra nach ne naa nach Kuppendorf ja da würd ich auch nicht hinfahren wollen ja da wohnt ja Scrap im Kuppendorf ja den Ort weiß ich ja wo er wohnt aber wo genau das weiß ich das ist ganz einfach ja sag an es gibt bestimmt eh nur einen Scheiße mit Stohn ist ausgickern sag's Börenger 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 der kommt aber immer wieder rein gell der Fettsack von du bist gut du kannst dich nachher aufregen ok ja das werde ich auch sehr sehr vorliegen ja ok das mach ich aber nur wegen Vision wie wegen Vision also mich nachher aufregen Gronkh hat mich angeschrieben ja fake oh Gronkh fake steht da als ob der fette Gronkh äh X gegen Gronkh dich anschreibt der ist ja sowieso fetter als der ist fetter als Minecraft Fips was machst du denn hier das sieht scheiße aus oh dann ruf ich's halt wieder weg du Nigga ne dann mach mal wenn machst du das so hier guck mal wisst ihr was vom dekorativen Trottel hier mal sagen ja du bist doch du bist ja ein Trottel ja aber kreativ nicht doch ich nehm mich jetzt kreativ HD Gaming ne ne du bist du nur für dir so wie du haben wir noch ähm hast du noch irgendwie Leitern oder ne 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 Zäune ja was der alles dabei hat alter naja ja doch ich dachte schon alter ja doch da was hast du denn hier ach so hier muss ja das so bleiben sonst äh Du kackst bestimmt völlig unsymmetrisch. Ja, ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit habe ich hier keine Treppchen mehr. Jetzt habe ich im Studio ja nie. Penis, 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 Penis. Darf ich mal pupsen? Irgendwie Let's Play. Ja, aber noch lauter. Ich wollte dir nur sagen, dass es über 200 Leute hören, ne? Ja, das ist mir doch egal. Okay, mach ruhig. Fabio, real life, ab jetzt. Nee, jetzt ist er weg. Er hat Scrap aufgefangen. Ja, der kommt jetzt bei Scrap raus. Jetzt ist er so, scheiße. Wie stinkt es denn hier? Was macht er denn da? Ist das hässlich? Was ist hässlich? Du. Du bist hässlich, ja. Boah, deine Mutter. Deine Auflager, Alter. Ich mutte mich mal eben. Nee, das möchte ich anleihen, dann wissen wir alle, wie du Relief bist. Okay, warte. Das ist schön, du Weib, Alter. Ach, Mann. Man hat nichts gehört. Oh. Ich haue meinen. Ich haue gleich deine Mutter in die Fresse. Ey. Das ist doch nett aus hier, oder? Nein, ja, also, ich finde halt, der Eingang ist hier ein bisschen eng. Ja, und? Und ich hätte die Treppe 1 weiter nach hinten gesetzt. Geht ja nicht, dann geht das Redstone nicht mehr. Das kriege ich hin, das nicht hier. Okay. Ey, da brauche ich aber Redstone. Ja, ich habe was dabei, ganz zufällig, mein Freund. Ich bin dein Vater nicht frei. Ich muss die ganze AG drücken, schon einfach das zu machen. Und jetzt hier muss ich den ganzen Dreck hoch mal wegrollen, ey. Vor mir fangen so viele Bausteine anstatt einfach alles fertig zu bauen. Soll ich Louis Hest Admin machen? Wen? Louis. Ist der MTS? Ja. Nee, da, ja, 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 ne. Ja, er ist ja Test Admin. Du hast doch das im Witz Play zu suchen. Naja, er hat mich jetzt angeschrieben. Dann, dann, dann. Ich dachte mal ganz kurz, wir sind doch in einer Aufnahme. Ja, das habe ich ihm vorhin schon gesagt. War das nicht Toto, den du rausgeschmissen hast? Nein. Soll ich mal kurz zu ihm rufen? Hä, zu ihm rufen? Er meint, er wird sich seine Scheiße von hinterher abschmieren lassen von, äh... Was hat er denn jetzt? Ja, ich habe rausgefunden, was er vorhat. Achso. Du hast eine kleine Kube. Ja, du auch. Nee. Nee, doch. Willst du das? Nee. Nee, 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 nee. Dann werde ich so ein Bild von dir in Let's Play einbänden. Das will er vielleicht... BAH! Nee. Du nicht von meiner Kube. Hey, gib mir jetzt... Bist? Gib mir jetzt, war weißt du. Ach, da liegt's ja. Hab ich doch die Treppe aufgelegt, ey. Ja, sag das doch. Hab ich doch. Ich hab doch Razzle dabei, hab ich zu dir gesagt. Jo, blick mal hin. Du wirst einfach sehen, du Opa, wa? Ja, ich bin dein Opa. Nee. Nicht? Nee, das ist Crap. Juhu! Jetzt freue ich mich das nicht. Nichts. Ab 17, ne? Ja. Was ist denn da? Da muss ich unbedingt vor der Nahrung stehen und die auch mit der Nahrung kippen. Ich stehe auch schon, ich stehe auch vor seiner Haustür, ich hab schon meine Sachen gepackt. Ja, eigentlich. Doch, doch. So, was steht der wirklich da, Alter? Scheiße. Und das will ich ja das bringen. Das finde ich, das verbinde ich dann gleich mit Wolfsburg. Ähm. Ach so, scheiße, tut mir da halt. Ja, da wohnt, da wohnt nämlich ich, also. Ja, von daher. Ja. Da kommt er nämlich zu mir. Guck mal, Kuchenkönig. Also, ich wohne ja nicht in Wolfsburg, ich wohne woanders, aber das hat jetzt nichts zu tun hier. Ähm, er wohnt genau. BEEP! Ja, ich wohne da, wo die Kuppen geküsst werden heutzutage. Ähm. Also, ich sag euch, wo er wohnt. Also. Ja, was denn? Ja, es ist doch kein Signal mehr drauf. Dann musst du dann Repeater hinslatschen. Ja, dann musst du dann wie ein Peder hinslatschen. Ja, dann mach mal. Ich hab keine Ahnung, was du da gemacht hast. Ja, dann geh mal weg, du Fettsack. Wo ist jeder Fettsack? Meine Mutter? Äh, nee, deine. Äh, 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 äh. Äh, nee, der eine ist ein Arschloch und der eine, äh, ist doof. Dass dein Opa ein Arschloch ist. Vielleicht guckt sein Opa ein LP an. Nein, Alter, der ist, der ist schon sinniert. Jetzt hab ich auch in den TS angeschrieben. Ja, Louis. Louis. Okay, er hat mir gerade geschrieben, dass einer im TS ihn auf 180 gebracht hat. Wieso bandt er ihn ja nicht einfach? Und wenn du mich hier einmal runterschlägst, dann werde ich ganz schnell reden und ich ganz schnell runter... Äh, äh. ...und ich kann ganz schnell enragen. Tut mir leid, das war ich nicht, das war hier der Mob. Ach, scheiße, das hab ich ein Fail gemacht. Ja, weil jetzt kannst du noch Fisch stinkst. Nee, du kannst schon viel. Du stinkst auch nicht nach Fisch. Ich heiße ja auch nicht Lars Jonas. Mit. Wer klaut beim Kacken und, äh... Nee, halt, der... Nee, wie geht's eigentlich Minecraft Fips in Lars? Ja, der ist fett. Der hat sein Headset in den Arschloch gesteckt. Jetzt kann er sich kein neues mehr leisten, weil er arm ist. Dann hat der so eine scheiß Fischkiste vom PC. Ja. Ähm, ja. Also, wer, äh, Minecraft Fips verbrücken will, meldet sich bitte an mich. Ich kann euch die Adresse von ihm geben. Okay. Sehr, sehr sinnvoll. Ich versuch jetzt mal wie exklusiv so von der Play zu reden, ne? Ich sehe jetzt so exklusiv so von der Play. Nein, der labert viel zu viel. Der ist doch jetzt mein Action-Kack, wursch. Jetzt halt ich mich, jetzt halt ich jetzt, äh, mein Exklusiv so von der Play. Also, ich heiße das so von der Play. Ich versteh kein Wort, der labert. Von weil er seinen klusiven Dialekt hat. Ja, und dann ist so viel, gell, als ob der gesaufen hätte. So wie der Kuckenkäse, ne? Zieh mal oben, bitte eine...